Und hier noch einmal die Mannschaftsaufstellungen. Rot-Weiß-Essen spielt im Tor mit Detlef Schneider, 2 Urban Klausmann, 3 Eckart Kirstein, 4 Detlef Wimers, 5 Jürgen Kaminski, 6 Karl-Heinz Gundersdorf, 7 Manfred Mannebach, 8 Matthias Herget, 9 Karl-Heinz Meininger, 10 Frank Mill, 11 Willi Lippens. Schiedsrichter ist der Sportkamerad Medatus Luca aus Völklingen. Ihm assistieren die Linienrichter Lkun und Niebergall. Die Linie folgt von der sichtbaren Wärmung des Gasherrers. Wer etwas auf seine Kochkunst hält, schwört auf seine Kasse. Denken Sie daran, Erdgas verwendet heißt Energiesparen. Fragen Sie mal den Fachkampf im Klaus-Schulhausen. Die Linie folgt von der Sichtbarad Medatus. Die Linie folgt von der Sichtbarad Medatus. 1 zu 0, meine Damen und Herren, steht es für Rot-Weiß Essen in der ersten Spielminute. Torschützer war die Nummer 9, Charlie Meininger. 3 zu parach 2.0, cheilippern. 3.0, cheilippern. 3.0, cheilippern. Applaus Untertitelung des ZDF, 2020 Applaus Applaus Achtung, ich rufe Herrn Stephan Lindner, bitte kommen Sie zur Hauptkasse. Applaus Applaus Herr Stephan Lindner, bitte zur Hauptkasse. Sie werden dort erwartet. Applaus 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 Vielen Dank. 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 , Vielen Dank. , 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 ,, , ,, 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 , , , , , , , , , Applaus Beide Mannschaften wechseln aus. Für den Karlsruher SC verlässt Raimund Kraut mit der Nummer 11 den Platz. Für ihn spielt jetzt mit der 15 Edmund Becker. Bei Rot-Weiß Essen verlässt den Platz Urban Klausmann mit der 2. Es spielt für ihn mit der Nummer 13 Detlef Trescher. Applaus 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 Musik Applaus Das war's für heute. Applaus Applaus 72. Spielminute, es steht 13 zu 0 für Rot-Weiß Essen, Torschützer warte Nummer zehn, Frank Mill. Applaus 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 Ich bitte alle Ordner in den Innenraum, bitte alle Ordner auf ihrer Posten in den Innenraum, bitte auch die Polizei um Unterstützung. Applaus 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 Ich bitte nochmals alle Ordner in den Innenraum, bitte gehen Sie auf Ihre Posten und sichern Sie den Abgang der Spieler. Ich bitte auch die Polizei um Mithilfe. Ich bitte doch alle Zuschauer, bleibt auf euren Plätzen, wandert ruhig ab und geht nicht über die Zäune. Gewährt den Spielern doch freien Abzug gleich. Bitte auch die Ordner darauf achten, nehmen Sie jetzt Ihre Posten ein und auch die Polizei soll mithelfen. Bitte bleiben Sie doch zurück da unten. Wer da nicht hingehört, den Zuschauer und Fotografen, gehen Sie bitte hinter die Absperrungen auf die Tribüne. Ja, liebe Freunde, bleibt doch bitte zurück. Ich bitte doch die Ordner, sorgen Sie dafür, dass die Zuschauer nicht aufs Spielfeld gehen. Seid doch so vernünftig. Geht zurück, geht zurück über die Absperrungen. Verschafft den Spielern doch freien Abzug in die Kabinen. Rot-Weiß Wissen gratuliert dem Karlsruher Sportklub zum Aufstieg in die erste Fußball-Bundesliga. Herzlichen Glückwunsch dem Karlsruher Sportklub. Unser Glückwunsch gilt aber auch unserer Mannschaft. Unser Glückwunsch und unser Dank für dieses fantastische Spiel, das ja leider nicht ganz erfolgreich geendet hat. Wir sind sicher, dass viele Zuschauer zum Beginn der zweiten Liga-Saison im August dieses Jahres wiederkommen werden, um diese kraftvolle Essener Mannschaft wiederzuerleben. Dem KSC nochmals herzlicher Glückwunsch und alles Gute in der ersten Bundesliga. Stimmengewunsch und alles Gute in der ersten Bundesliga. Vielen Dank.